Hallo, mein Name ist Irem Sen. Ich bin 18 Jahre alt und besuche derzeit die dritte Handelsschule der Vorbeschwemmerngasse. Meine Wurzeln liegen in der Türkei, aber ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Neben den Sprachen Deutsch und Englisch beherrsche ich die türkische Sprache sehr gut. Wir sind eine fünfköpfige Familie und ich bin die ältere Schwester von zwei kleineren Geschwistern. Meine Familie ist immer eine Stütze und deswegen sehr wichtig für mich. Wenn man mich mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es wahrscheinlich sozial. Und hier dazu ein paar Worte von meiner Professorin und Freundinnen. Irem ist für mich eine grandiose Erfolgsgeschichte. Nach einem etwas holprigen Start hat er sich zu einer höchst motivierten und motivierenden Schülerin entwickelt. Wir kennen Irem seit drei Jahren lang und ist ein sehr guter Vorbild für uns. Irem ist eine sehr hilfsbereit und reiche Schülerin. Sie ist immer da, wenn wir sie brauchen. Sie ist sehr fleißig. Auch wenn ich offiziell erst dieses Jahr zu Klassensprechen gewählt wurde, war ich die gesamten drei Jahre lang immer für meine Mitschülerinnen und Mitschüler da. Meine erste Arbeitserfahrung durfte ich bei der Firma Herz Amateur in GSMBH als Praktikantin im Bereich Buchhaltung machen. In diesem Praktikum konnte ich meine Team- und Kommunikationsfähigkeit verbessern. Mein Arbeitsplatz habe ich mir bereits bei der Stadt Wien im Magistrat gesichert und möchte nebenbei die Matura machen. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit Familie und Freunden. Außerdem reise ich sehr viel und möchte als nächstes Italien entdecken. Mein Motto fürs Leben. Nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Fertig. Ich geh.